Sie können stolz sein, Sie schaffen hier Großes, einem Enthetten mit in die Höhe schnellen Nieten und gleichzeitig verstopften Straßen und dazu noch einen attraktiven Wolkenkratzer in blau-gelb. Gratulation nochmal, Gratulation, aber, Moment, Sie sind schon wieder da, Sie sind schon wieder da, die ewigen Verhinderer, Sie sind schon wieder da, diejenigen, die hier abends sind, geschützt haben, damit hier nicht die Sentiments gebaut werden, es sind die Ewiggleichen, Sie sind wieder da, was wollt Ihr eigentlich? Schutz vor Verkehrsvoller. Aber steht da Zukunft damit im Weg? Ende Zukunft, das ist unsere Zukunft, Sie wollen immer noch nicht ganz direkt untertrieben werden, das ist unser Körnerreich. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020